Das ist sozusagen der offizielle Beweis, dass bei uns alles immer live ist. Das heißt, man kann auch mal aus Versehen den falschen Knopf für die Auslaufmusik drücken. Wir arbeiten dran und liefern dann schnellstmöglich nach. Noch eine kleine Information zum Auslaufen an unserer Steuerbordseite. Da sehen Sie noch ein zweites Schiffswrack neben dem Fahrwasser. Und das sind sozusagen die sterblichen Überreste der Tülung, die 1978 in Schettin in Polen gebaut wurde. Das war in den späten 70er und frühen 80er Jahren ein Holzfrachter, der von der konduanischen Küste...